was die leute ich möchte ein bisschen wissen auf jeden fall ein schönen applaus erstmal für mich auf jeden fall die madame verfolgt mich ich hoffe wir müssen heute nicht so verschneiden weil wir machen heute leider nur zwei hunden ist leute aber ich muss erst mal herausfinden wie lange das mit zwei runden wird und dann könnt könnt ihr gerne mal dann könnt ihr gerne mal nach dem video was ihr so gut warum komme ich nicht hallo warum kommt nicht das war aus dem dass das ich habe gefurzt okay okay nein okay jetzt muss ich leise machen weil jetzt kommt diese scheiße ja ich muss ein bisschen leiser machen euch bin ich bin ein zombie jetzt wieder gewinnen kommen wir irgendwie mal wieder was sehr laut ist ich frage warum hier ist einfach der perfekte ort um so welche sachen zu fahren hier so gut so weit so gut so jetzt kommt eigentlich noch eine runde okay ich mache noch eine runde vor euch und dann reicht es aber für heute also für heute nicht aber für das da jetzt gerade für das video und ich will halt wissen wie meine kommunizität ob sie mir überhaupt auf meine videos reagieren was steckt die eigentlich hier ach ich dachte ich kann mal wenn man so guckt denkt man die steckt da drin und die sitzt natürlich bin ich unschuldig natürlich das hätte man anderes erwartet ich bin unschuldig ich bin unschuldig ich heule gleich wenn ich gleich getötet werde ich sag's euch dann füge ich hier so ist das der nein dass da hier ist der das war's hiermit mit dem video und wir sehen uns das nächste mal wieder